Ludwig van Beethoven. Er war ein Künstler. Und was er war, war er nur durch die Musik. Er war ein furchtbarer Mann. Ich hörte, dass seine Musik so viel Leidenschaft erregt, dass sie zur Gefahr werden könnte. Er war eine Legende, ein Genie und ein Ganove. Dieser Mann ist ein gemeiner, ordinärer Flegel. Dein Mangel an Leidenschaft ist unverzeihlich. Doch in seiner Musik liegt das Geheimnis unsterblicher Liebe. Wer kann sie sein? Ich muss diese Frau finden. Ich glaube, er wird verrückt. Er plärrt ständig aus voller Brust diese alberne kindische Melodie vor sich hin. Na 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 na. Kolumbia Pictures präsentiert die Musik. Gary Oldman in einer Liebesgeschichte für die Ewigkeit. Meine Gedanken eilen zu dir, meine unsterbliche Geliebte. Wille, meine unsterbliche Geliebte. Wille, meine unsterbliche Geliebte. Wille, meine unsterbliche Geliebte. Wille, meine unsterbliche Geliebte.